So, wo wolltest du hin? Wo bist du? Ich mach ja grad so'n Turm. Hä, wo bist du denn? Ich seh' ich nicht mal auf der Karte. Ähm... Ach, da hin? Ah, okay. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Wir sehen schon. Geschweige denn, wo du bist. Ja, und links oben ist dann... Genau, und links oben ist, ähm... Das andere halt da. Ach, das andere. Diese schwarze da halt, ne? Du. Ja, da komm ich doch mit. Da komm ich mit. Ich bin auch gleich da. Autsch. Nochmal Autsch. Mein Charakter steht anscheinend auf Schmerzen. Ja, du machst ja richtig Worldplay. Ja, was soll ich denn tun? Ich mein, das ist Minecraft, da muss man auch. Ernst, da blei bleiben. Da blei. Ernst, das blei. Blei frei. Live rein seit 03. Ernst, das blei gießen. So, du bist schon... Du bist schon ganz oben, ne? Würde ich sagen, oder? Ja, seh' ich schon, genau. Ja, gut. Der Isa. Der Gravitation. Autsch. Autsch. Das gibt's doch nicht. Ich fall' immer wieder runter. Aua! Was war das denn jetzt? Was? Wurde irgendwo von Feier getroffen, jedenfalls. Wurde sich das aus. So, jetzt aber. Oh, ich hab' viel Glas gefunden. Die Pilze pass' auch schon wieder... Hm? Die Pilze pass' auch schon wieder weggeblüffelt. Oh, ich hab' viel tun. Wundmöglich, der Junge. Wundmöglich, der Junge, ne? Ja, mach' du da. Ich... Mach' hier rum jetzt mal so. Hast du den... Skulaufdissamt? Nö. Weck, dir mein Spitzvogel. Ja, okay. Ja, moin. Oh. Wir dann. Brauchen wir nicht. Was? Was? Nö. Nö. Pröl. Du, was steh' ich durch, ne? Muss man sagen. Sie sind ja auch alles keine Herausforderung. Ich bin jetzt so ein krasser Typ im Leben. Guck mal, helft ihr auch mal ne? Ja. Nein. Nein. Ah, ist noch nichts drin. Der Zombie ist krass. Ja. Oh, ich habe ihn irgendwie ganz runtergeschossen aus Versehen. Naja. So ist das Leben. Ah, wo war er da? Hopp. Boah, Alter, bin ich da bei einer nachgefallen. Boah, Alter. Was ist denn mit den Jungs los, Alter? Oh, nehmt hier. Nice. Warte, wie viele sind's denn noch? Äh, noch eins. Also, nicht die Kisten aufmachen. Okay. Ja, was machen? Lalalalalalalala. So, wollen wir hoch den Klatschen? Das dürfte jetzt nicht so das große Problem sein. Ja, komm, machen wir. Ja. 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 Ja, ja. Sehr schön. Ja, man. Ja, ich bin da mal weg, ne? Tschüss. Oh, fuck auch, Alter. Ja. Ja, Alter. Das war immer ein bisschen actionreich, das war toll. Die Zeit Spaß gemacht. Gott sagen, exkludiert er nicht? Ja, doch. Äh, echt? Was ist denn? Ja, Kohle kann weg... Ton kann weg... Hä, warum krieg ich Schaden? Hä? Das ist bestimmt ein Effekt. Genau. Kann weg... Der Bogen, was hab ich mit dem Bogen, ey? Mal bügeln. So, kommen wir zum schwarzen Teil links da, oder? Ich seh kein schwarzes Teil links da. Rechts... Links oben. Links oben? Ja. Ach, da. Genau. Und ich weiß halt nicht, was das ist. Weißt du, was das ist? Ich dachte, da kommt so ein Haus oder sowas. Ne, ne. Da kommen... Da sind Monster drin. Na, gucken wir uns das mal an. Sag mal. Doink, doink, doink. Oh. Ich will doch mal in die richtige Richtung gehen, ne? Mh... Ne. Ja, doch. Doch, 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 doch. Das ist wieder so eine pinke Insel? Kannst du auch nicht sagen, Mensch. Ich fühle dich da sehr... ...verübsch vergärt. Die haben auch Gefühle. Echt? Oh, gut. Ja, pff. Was weiß ich denn? Alter, was ist das? Sorry doch. Alter, das ist... ...n Schagoth. Aber doch. Ich weiß nicht, was das ist, aber es hat mich. Hilfe. Ratsch deinem Schagoth. Hilfe. Ich komme nicht raus. Oha. Federico, hilf mich. Ich bin gleich tot. Was? So schnell? Ja. Hilfe. Da sind fünf Stück von denen. Das ist das Problem. Äh... Okay, Pfeile machen gar keinen Schaden. Warte, ich bin sofort da. Super. Ja. Also Pfeile... Ach, wie soll. Ja. Okay, Pfeile macht wirklich überhaupt keinen Schaden. Das ist richtig dumm. Okay, der eine ist fast down. Oh, oh, oh. Leck. Oh, oh, oh. Lass uns erstmal einen weglocken. So ist gut. Und dann in den Mobbingkreis. Und dann in den Mobbingkreis. Und dann in den Mobbingkreis. Alter, der frisst das Schwein. Das heißt, er kann nicht mich fressen in der Zeit. Los. Incoming. Ah, ich hab gerne einen. Sehr gut. Was hat er gedroppt? Nichts tolles. Dann wollen wir mal den nächsten. Ah, das hier ist doof, ne? Kann man das mit der Schaufel gleich gut wegkriegen? Was ist denn das überhaupt? Ja, jetzt hoffe ich geht gut. Düse. Düse. So, halli hallo. Der eine hat nur noch 15% Leben. Du, 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 du. Au, oh, oh. Ich hab... Du suchst aber gleich wieder den stärksten aus, ne? Ja, ich hab ihn getötet. Okay, das ging schnell. Knackt. Ah, jetzt hast du mir das Item weggesnackt. Was? Da lag irgendwas. Und ich wollt grad meinen... ...meinem Inventar Platz verschaffen. Äh, ne, ich hab nix. Natürlich hast du was. Ich hab... Trank der Heilung? Ja, das sowieso, aber... Lüge, Lüge, das gibt ne Rübe. Lügen darf man nicht, ja? Oh, 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 oh. Da kommt einer raus. Der wird aber richtig zerfetzt. Komm ran, Junge. Ich frage, ob ich mich auch noch mal rausmache. Ich steh die ganze Zeit nur nebenbei. Ja, es sieht gut aus, wie du kämpfst. Wirklich, find ich schön. Ah, shock of flash. Da kommt der Nächste. Das ist ein kleiner. Komm. Uiuiuiui. Au. Oh, guck mal, hab ich auch mal eingetötet. Sehr schön. Hoppala. Uiuiui. Uiuiui. Alter, du kannst doch nicht hier die Tuns locken werden, die hier. Alter, wie viele spawnen denn davon? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auch rauf wird. Einer tot. Noch einer tot. Schüssige Situation. Ist das ein Spurzahner oder sowas? Ja. Ich seh keinen. Da musst du ein Bänder in der Wand sein. Doch, ich stirb nicht. Gut. Ja. Also ich weiß, es ist ein Opi-Tipp, aber... Nee. Ich stirb doch endlich, Mensch. Du, das Ding, ey. Nee, da sind immer fünf Stück, irgendwie, oder? Alter, ich geh jetzt. Ich tank die jetzt. Eieiei. Nein. Was warst du da? Lassen sie mich! Hilfe! Güsal, Güsal! 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 Da kann man die alle rauslochen vielleicht. Ja, aber die sind gefährlich. Nein! Ich werd gebums. Güsal! 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 Da sind immer welche drin. Aber da an der Mitte, da ist ein Loch. Ich hab nur noch neun Herzen. Oh, ich, ich auch. Ach du Scheiße. Ich weiß, das klingt jetzt im ersten Moment nicht so wenig. Ja, nee, aber ich auch. Aber wenn man... Aber da in der Mitte, wenn du... Oh, Alter. So. Kommen sie her. Warte, wir locken die jetzt einfach alle raus und dann renne ich da rein. Und wenn du sie ablängst, die... Nee, da sind immer fünf Stück drin. Nee, das halte ich für ne Lüse. Andern die fallen dann auch mit ihren Dings, ihre Dings kaputt. So, Alter, da sind wirklich immer fünf Stück drin. Lass sie weg, Alter. Das ist ja übelst gefährlich. Aber hast du es in der Mitte gesehen? Ja, das ist irgendwie so ein Dings. Aber ich will es nicht kaputt machen, weil ich will da nicht rein. Warum will ich nicht sterben hier? Lass mich in Ruhe. Ist das stressig. Wir können ja mal auf die Insel, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist, oder? Vielleicht können wir uns von oben so ganz schnell... Ah, ja und dann einbauen. Also hier ist einer, der ist fast tot, den habe ich jetzt nochmal gemacht. Also halt rein und dann ganz schnell... Ja, da müssten wir gucken, wo denn da das ist. Also ich schätze mal, das ist so... Einige Blöcke. Warte mal, wo ist denn der Eingang? Da. Da, wo das schwarze Schaf steht, würde ich jetzt sagen. Ja, ich würde sogar noch ein bisschen weiter gehen. So hier so. Weiter? Okay. Okay, ich mach dir mal einen Flugpick. Okay, also ich sehe es. Ich bin quasi fast drüber. Okay. So, hier ist genau die Mitte. Aber da steht halt auch so ein fetter... Rare, Esnering, Laser, Schoggoth, of Balls, of Fire, of... Alter, fick mich an. Ja, warte mal. Ich logge den raus und du baust zu. Gravi opfert dich. Ich müsste auch mal volle Herzen haben, wenn mir das geht. Ja, ich habe neun... Ich habe achteinhalb Herzen von 30. Das ist äh... Viel. Aber ich habe auch nichts mehr zu essen. Ich auch nicht. Und die greifen mich ja an, ey. Ich bin die ganze Zeit am Fressen. Ah, ich kann... Wir sind... Zwei... Zwei... Zwei ziehen. Ich dachte was, ich habe noch drei Äpfel. Und ne Karotte. Ah, warte. Ich kann mir ja... Ich kann mir ein bisschen was machen. Alter, die... Du stehst ja alles hier. Der Mörder hat das Schaf da vor meinen Augen. Er kommt hinterher. Lass mich. Lass mich. Wie wäre es, wenn wir sonst von hinten kommen? Von hinten ist ja eigentlich immer gut, oder? Ja, wenn wir jetzt hinten einbauen. Also von hinten reinbauen. Genau. Na gut, das müsste dann so ungefähr hier so sein. Genau. Geh mal runter. Ja. Ja, okay. Hier ist... Ähm, ne. Ich glaube noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Hier. Ja. Und wenn wir uns jetzt einfach von unten... Wir wollen ja gucken, was da drunter ist. Ja, ich will... Vielleicht wissen, ne. Wenn wir einfach von unten... Ja. Warte. 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 Wie kommt die da runter geplumpst? Hallo? Alter, das ist wie bei Star Wars oder so. Also ich weiß nicht mal warum, wie bei Star Wars, aber... Wie im Film. Ich glaube, ich habe gerade das Ding in der Mitte abgebaut. Kannst du von draußen gucken, ob das Ding in der Mitte abgebaut ist? Weil ja, das war dann einfach nur so ein Scheiß-Stein. Monolith-Stone. Kann man da was irgendwas cooles machen vielleicht? Einfach hier. Ähm. Ach, daraus macht man diesen komischen Altar. Ja, ich sehe hier auch nichts. Aber hier ist anscheinend auch nichts, ne? Irgendwie... Autsch! Zu, Maria. Was ist das eigentlich für Zeug? Biomasse. Ich will was von der Biomasse haben. Aber bringen tut das irgendwie nichts alles, ne? Ne, nicht so richtig. Aber was ist gut als Biomasse? Okay, die Biomasse kann man nicht abbauen. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Ähm. Hast du mich jetzt hier eingebaut oder was? Nein. Das will ich doch nicht machen. So, dann... Schmeiß mal was für die Zeug hier weg. Ähm. Schockertfleisch, ja. Mit Schockert. Ich glaube das kannst du einfach nur essen wahrscheinlich. Schockert? Schockertfleisch? Ist schon... Ist schon Gott. Schockert, mein Junge. Schockertfleisch? Ja, was kannst du machen? Ein... Irgendwas Arabisches. Okay. Oder noch was Arabisches. Oder kannst du ein Ritual machen, damit du eine Cthulhu-Statue kriegst. So, rechts oben ist noch ein... Dungeon. Äh, links oben. Links oben? Links oben? Da so. Ich hab keine Ahnung wo. Ich lauf dir einfach mal hinterher. Ich brauch Essen, Alter. Ähm. Ah, Bild zu Wabi noch. Sehr schön. Die wird's auch langsam bringen. Also, ja, da finden wir... Guck mal, da hinten ist er. Wolltest du eigentlich schon sehen. Ja, ich seh nur so'n Baum. Ui. Hallo, Kribe. Ui. Ui. Den hier siehst du doch, oder? Ach, da hinten? Ja. Ja. Aber ist doch wieder so'n Scheiß-Turm. Aber, guck mal, der ist anders. Was? Was sind das für'n... Neterziegel? Ja, das heißt, noch mehr Magma-Monster. Das wolltest du doch. Nö, das wollte ich nicht. Sind die doch Neterziegel? Wir hatten das einer zugebaut. Okay. Irgendwer wollte nicht, dass wir diesen Weg finden. Ah, hier hat auch schon irgendwer gebaut. Oh Gott. Oh, hier ist mit Erde schon zugemacht. Ja, okay. Hier war schon irgendwer. Das ist ja ein Scheiß. Ja, den kann man wieder hoch, ja. Das muss nicht sein, ne? Dann komm hier. Nee, also das ist auch... Wenn man ganz klar sagen, das ist nicht schön. Also gut finde ich nicht so was. Da ist noch ein Turm. So, den machen wir jetzt. Hier ist ja jetzt nicht mehr das größte Problem. Aber warte, ich muss jetzt erstmal irgendwie kurz ein paar Sachen einsortieren. Äh, nee, das ist ja nicht. Jetzt, äh... Das ist ja... Komm rein. Das... Last model. Strings. Freu mich. Rotten Flash. Portion Bag. Komm rein. Das kommt rein. Splash Portion of Swiftness. Da bin ich schnell. Das ist das... Wie ist das, Alanas? Da ist noch ein Schaf, das kann ich erschlagen. Noch ein bisschen guckt. Matten. Matten guckt. Auch besser als Fußmatten. Aha. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Ja, da, da. Ja, da. Ja, ja, ja. Oh. Da haben wir hier nichts ins To-Do. Hey. Ja, oh. Jetzt, hör mal. Ja, was sagt ihr? Ah, ja. Jetzt kommen wir euch. Zeig dir gleich mal hier, wo der Hammer hämmert. Der Hammer hämmert. Sagen wir mal, wo der Hammer hämmert, oder? Ja, ich hab ein bisschen zu lieb, räum ich. Hier noch, zack. Hä, was braucht der denn jetzt hier unten? Hör mich? Ah, hier sind ein paar Fackeln drin. Ja, ne, das brauchen wir ja nicht. Das ist ja nichts. Wolle. Oh. Petri? Äh. 2, 2, 2, 2. So, die brauche ich ja. Immer. Aber jetzt reicht's hier auch mal. So blöde Sklade, jetzt ist mal gut hier. Ne. Ne. Da wär ich ja aber aggressiv, du. Ja, das reicht auch wieder. Da wär ich zum Mensch mit der Peitsche. Aber richtig. Mensch mit der... Ich hab mein Schwert verloren. Das ist nicht so gut. Wo ist mein Schwert hin? Hä, wo ist mein Schwert hin? Ich hab mein Schwert in die Kiste gelegt. Ich bin Profi. Nichts, sondern... Warte mal. Ja. Du mach weg die Halle hier. Ja. Ja. Warte. Hat ein Fest hier, du. Hier ist ein Chill drin, ist ein Angel. Ne, das muss ich nicht haben. Ui, ei, ei, ei. Ich dachte, ihr wollt, ihr wollt aus der Knie bauen. Ist gar nicht in der Kasse drin. Ei, ei, ei. Was hier dann? Auch nix. Jetzt vertuscht euch mal. Alter, geht mal runter hier. Ich glaub, es ist hart hier. Ey, da kenne ich aber auch keine Freunde. So, wie weit müssen wir noch? Ähm, weiß ich nicht. Nein. Nein. Autsch. Ne, verzauberte Ei. Ja, moin. Oh, ein bisschen Neid. Ein bisschen Neid. Ein bisschen Neid. Ja, ich hab die jetzt auf einmal mitgenommen. Rucksack, Backpack. Rucksack. Was, wir wäschen den Rücken? Noch einmal. Also, da lässt das oben nicht die Kiste noch mal. Also, jetzt noch, okay. Das ist jetzt das Letzte hier. So, die. Jo. Schlags, mein Freund. Zack, Zack. Da ist noch eine Schüssel. Wer ist hier nicht? Ähm. So, ne? Wie soll ich sagen? Dann gehen wir mal so, ne? Und so. Kommen Sie her, mein Freund. Ja, okay. Dann wir runden. Oh, das ist Shadow-Man. Oh, wo? Oh, wo? Oh, wo, wo? Oh, wo? Oh, wo? Wo war raus hier? Also, der Sprung raus ist immer am geilsten, ey. Ich bin schon wieder hier angegriffen, du. Von was? Wieso nicht? Von dir? Von was, ey? Ich sterb doch. Das kann der Redstone-Lampe behalten, wenn man Braustand macht. Ja, kannst du mit Braun. Hinter mit Braun. Ähm, Bier? Jorn, Jorn. Wie repariert man die Scale-Boots? Oder die Scale-Rüstung allgemein? Gar nicht, mit einer neuen Scale-Rüstung. Schön, schön, schön. Die Sonne geht auf. Oder mit Mandy. Ja, ich muss doch erst mal angeln gehen. Zum Glück haben wir meinen Angeln fertig. Das ist ganz praktisch.